Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Kanalvorstellung auf meinem Kanal. Heute sind wir auf dem Kanal von XXHainXXGamer. Ja, ein sehr komischer Name, aber der Name passt zum Logo, sag ich mal. Ihr seht, Hain Blöhüt von Käpt'n Blaubeer, wer Käpt'n Blaubeer mal früher geguckt hat. Ich denke mal, als Kinder haben wir das vielleicht mal gemacht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall passt der Name zum Logo Hain... Gamer. Ich weiß nicht, warum noch dieses XX sein soll, vielleicht war der Name vergeben. Naja, egal. Schauen wir mal in die Beschreibung rein. 109 Abonnenten, 8.655 Aufrufe und der ist seit dem 22. Oktober 2014 mit dabei. Hat also genau einen Tag nach mir begonnen, vor zwei Jahren. Ich habe ja dann vor einem Tag, vor fünf Jahren angefangen, ist ja bald auch wieder soweit. Lasst euch überraschen, was ich mir zu meinem Fünfjahres-Special einfallen lasse. Ich hoffe, es gefällt euch. Naja, jetzt sind wir hier auf dem Kanal. Wir gehen mal in die Beschreibung. Hey, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Hain. Ich bin 89er Baujahr und aus Deutschland. Aha, deswegen heißt Hain, deswegen Hain Gamer. Aha. Ich habe jetzt gedacht, wegen Hain blöd. Aber das passt ja, ne? Irgendwie die Verbindung. YouTube ist seit 2014 mein Hobby und es macht mir sehr viel Spaß, euch zu unterhalten. Ich zeige am liebsten Ego-Shooter, wie zum Beispiel Battlefields Serie, Serie, Serie? Ist das ein extra Spiel oder meinst du die Battlefields Serie? Ich sage jetzt einfach mal Serie, Call of Duty und Star Wars Battlefront und viele mehr. Du willst mich unterstützen? Like das Video, teile das Video, abonniere meinen Kanal. Diese drei Schritte. Ist ja nicht so schwer. Ich würde mich riesig darüber freuen. Dann seine ganzen Social-Media-Links, Facebook, Twitter, Hitbox, Twitch und sein Origin-Name. Meine Game-Empfehlungen, Battlefield 1, Tom Clancy's The Division, Star Wars Battlefront und Grand Theft Auto 5. Also GTA 5. Hier Impressum, E-Mail, xxhain, xxgameatjahoo.de, falls ihr irgendwas fragen wollt. So, außerdem ist noch die Seite von MMOGA verlinkt. Günstige Games, günstige FIFA-Coins zum Beispiel gibt es da zu erwerben. Dann einen Amazon-Link und eine kleine Spende. Ist eine sehr schöne Beschreibung. Man weiß, wer er ist, man weiß, was er macht und so weiter und so fort. Ein sehr schöner Kanal-Banner, ja, Star Wars, Battlefield, GTA ist mit drauf. Und, ja, das Logo, wie gesagt, ist irgendwie das Beste an dem Ganzen hier oben. Also, der Kanal-Banner ist auch schön, aber ich finde die Verbindung so schön, der Name und Heimblöd. Naja, schauen wir mal zu den Videos. Die Aktivität fällt mir natürlich gleich auf. Vor einer Woche, vor einer Woche, vor einer Woche, vor einer Woche. Also, innerhalb von einer Woche vier Videos. Das ist okay. Und er macht auch mit Facecam. Ihr seht das vielleicht. Ich weiß nicht, ob er das im Video sehen kann, weil immer die Länge da im Weg ist. Also, ihr seht, das ist der Hain. Das ist der Hain. Und er macht sehr aktiv Videos. Macht das als Hobby, hat er ja auch geschrieben. Und das ist, wie gesagt, die Hauptsache. Hier sieht man ihn vielleicht noch ein bisschen besser auf seinem Gamescom-Vlog von 2016. Vor vier Wochen hat er das hochgeladen. Mensch, die Gamescom ist jetzt auch wieder ein Monat her, ey. Die Zeit rast, die Zeit rast. Oh, Junge. Naja, okay. Wenn euch die Videos hier gefallen, schaut dafür mal unten in die Videobeschreibung rein. Unterstützt ihn mit ein paar mehr aktiven Views. Ich habe jetzt hier zum Beispiel spontan gesehen. Sieben Views, acht Views. Gut, da geht noch ein bisschen mehr, denke ich. Aber er hat Spaß dran. Ich habe mir auch mal auf jeden Fall seine LNOA-Videos angeschaut, weil ich ja ebenfalls noch LNOA zocke und auch Let's playe. Deswegen bin ich immer sehr gespannt, wie die anderen Leute das so zocken. Und deswegen, ja, habe ich ihn auch mal abonniert. Auch wegen LNOA eigentlich, weil Battlefield interessiert mich nicht so und Star Wars ebenfalls nicht. Deswegen. GTA, wenn er mal bringt, schaue ich auch. Naja, okay. Dann würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, schaut unten in die Videobeschreibung rein. Dort ist der Link zu seinem Kanal vom XXHeinXXGamer. Ja, lasst bei ihm auch ein Like da oder abonniert seinen Kanal, wenn ihr seine Videos gut findet und weiterhin dranbleiben wollt. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück, lieber Hein. Viel Spaß auf YouTube. Viel Glück. Das ist ja die Hauptsache. Und ich denke mal, das hast du. Ansonsten wärst du hier nicht mehr mit dabei. Und, äh, ja, was soll ich noch sagen? Genau, falls ihr euch bewerben wollt, jetzt zum Schluss natürlich wie immer von mir die Info. Schaut unten in die Videobeschreibung rein, falls ihr mal an einer Kanalverstellung dran teilnehmen wollt. Ähm, da war wieder die hohe Stimme aktiv. Falls ihr mal an einer Kanalverstellung dran teilnehmen wollt, macht das, was in der Videobeschreibung steht. Erfüllt die vier Anforderungen. Ich kann sie auch nochmal kurz sagen. Ihr müsst 100 Abonnenten haben, ein Kanalbanner, ein Kanallogo, mindestens 15 Videos und seid aktiv dabei. Also quasi das, was beim High-Gamer vorhanden ist, ne? Er hat mehr als 100 Abonnenten, er hat einen Kanalbanner, er hat ein Kanallogo und ist aktiv mit dabei. Und er hat sich beworben per Privatnachricht auf YouTube. Deswegen hab ich ihn genommen, auf die Liste gepackt, äh, die in ein Google-Dokument verfasst, welche sich in meinem Kanalbanner verfindet, verfindet, befindet. So, und dann war's das auch schon von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, lass wie gesagt ein Like und ein Abo da für mehr Videos auf meinem Kanal. Und dann bis dahin. Ciao. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei den Nachrichten für heute. Los Santos. Auf dem Flughafen von Los Santos passieren komische Dinge. Wir schalten live dorthin. Pfff. Bei der Bahn. Geile Meldung. Geile Meldung. Geile Meldung. XXHeinXX. Ein YouTuber mit Motivation heute hier zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Hein. Ach, guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Stellen Sie sich doch mal unseren Zuschauern bitte genau vor. Ja, mein Name ist Hein. Wofür die Xe genau stehen? Keine Ahnung. Das hat sich vor 15 Jahren so ergeben. YouTube mache ich hauptsächlich Hobby mäßig. Ziele? Ja, Abonnenten. Aber es macht mir einfach Spaß. Und das merkt man eigentlich auch an meinen Videos. Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Und somit war es das auch schon für die Nachrichten von heute für heute. Und lasst doch einen dicken Daumen für diesen jungen, motivierten YouTuber da und abonniert ihn. Er würde sich sehr drüber freuen. Und bis dahin, Tschüssi Kowski.